So, lege mal los. Autofokus spielt auch mit, schön zu sehen. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, denn als ich vorhin von F4.0 auf F5.6 gewechselt bin, mit der Beleuchtung und dann aus irgendeinem Grund hat die Kamera Probleme bekommen, das als Gesicht zu erkennen. Teilweise nachvollziehbar, aber hoffen wir einfach aufs Beste. Ich habe das aber einfach aus dem Grund gemacht, dass wenn auf mich fokussiert ist, dann auch der Rucksack noch ein bisschen schärfer ist. Und mit F5.6 sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Ich werde allerdings sowieso immer mal wieder auf den Monitor gucken und ich hoffe mal, ich mache es nicht zu oft, dass ich eben auch sehe, dass das, was ich filme und euch zeigen will, auch sauber im Frame ist. Und das, was ich euch zeigen will, ist der K&F Concept, der Beta 144. Kostet bei Kent Faith gerade 90 Euro. Allerdings denke ich, dass die meisten bei Amazon bestellen werden. Einfach, weil es da vom Versand wie auch vom Umtausch einfach leichter geht. Wobei bei K&F Concept, wo ich die auch immer herkriebe, da dauert es so fünf bis sieben Tage. Und gerade, weil es dort auch Angebote gibt, würde ich mal vorschlagen, schaut bei beiden nach, einfach um sicherzustellen, dass ihr auch den besten Preis bekommt. Das wären 20 Liter Rucksack, wobei bei Amazon teilweise auch 25 Liter stehen. Wenn ich mal allerdings den angucke, auch von den Maßnahmen und so weiter, Vergleich mit dem 18 Liter, dann hauen die 20 hin. Wobei die Liter selber gar nicht so viel auszusagen haben, denn ein gut gefüllter, effektiv gefüllter 18er packt mehr als ein 20er. Weil das merke ich immer wieder bei dem hier. Der Alpha hat 25 Liter, ist allerdings einfach nur tiefer, was ihr nicht unbedingt auch wirklich ausnutzen könnt, dass ich teilweise in den, wenn ich es logischer irgendwie reinlege, mehr reinkriege. Wir werden allerdings sowieso noch die Chance nutzen, die beide zu vergleichen, dass wir einfach mal wissen, was wir so für 50 Euro kriegen. Am unteren Ende mit 160 eben am oberen und dann in der Mitte eben mit dem hier. Wo wir allerdings im Vergleich zu dem 50 Euro, ich sag jetzt mal nur 30 Euro, einen großen Sprung nach vorne kriegen, ist in Sachen Verarbeitung. Denn nicht, dass die schlecht war bei dem 50 Euro, aber hier sind die ganzen Materialien einfach hochwertiger, die Verarbeitung ist sauberer und vor allem, er ist aufgrund des Hardshell Cases hier einfach auch robuster. Und wenn ihr viel abverlangt von eurem Gier und was Langlebiges sucht, dann solltet ihr vielleicht euch sowas ein bisschen genauer angucken, weil das wird glaube ich einfach ein bisschen mehr aushalten vom ganzen Design auch. Wobei Design ist immer so eine Sache, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, möchte ich ihn jetzt einfach mal kurz anziehen, damit ihr mal seht, wie er denn aussieht. Aber wenn wir schon dabei sind, der hat hier natürlich wie eigentlich die meisten diesen Clip. Der lässt sich natürlich auch hier verstellen, aber auch in der Höhe. Ich habe normal tiefer, aber wegen dem Mikrofon jetzt gerade nicht, ist der sehr, sehr wichtig für die Gewichtsverteilung. Denn ich habe letztens gemerkt, wo ich nicht annähte und so 4 bis 5 Kilo im Rucksack hatte, dass es deutlich schwerer war, das zu tragen. Mit dem Ding war das deutlich entlasteter. Und aufgrund dessen, dass die Rückseite relativ hart ist, obwohl dick gepolstert, ist es noch bequem und auch noch recht gut. Ich sage jetzt mal nicht komplett Schweiß verhindern, aber das macht einen guten Job. Ansonsten sind auch hier die Gurte wirklich schön dick, gut gepolstert. Dann eben gibt es natürlich die Schlaufen zum Verstellen. War es das soweit. Würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal die ganzen Fächer und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge, dass wir durchgehen müssen. Fangen wir kurz bei der ersten Sache an, bevor ich sie vergesse. Hier gibt es an der Seite hier Platz für ein Laptop. Da kriegt ihr die gängigsten rein. Allerdings weil, wie schon erwähnt, das hier einfach ein bisschen fester ist. Und auch hier habt ihr jetzt nicht unbedingt so viel Spielraum in der Tiefe. Also ich habe hier nicht mehr zum Beispiel meinen Gimbal reingekriegt, den ich bei dem 50 Euro noch reinbekommen habe. Müsste ich hier allerdings auch eins erwähnen. Alle Reißverschlüsse haben diesen Regenschutz drumherum. Das macht das Ganze wirklich sicher vor Regen oder auch Wasser oder sonstigen. Aber es geht ein kleines bisschen schwerer. Und ich werde es vielleicht noch im Laufe des Tests ein bisschen genauer zeigen. Ansonsten haben wir hier an der linken Seite auch zum Beispiel Platz für eine Flasche. Das ist auch hier mit so einem Gummiband ein bisschen dehnbar. Deswegen habt ihr da auch noch Spiel. Also eine Literflasche passt problemlos. Ein Halb sollten auch noch passen. Dann gibt es hier an der Seite noch, falls ihr das so tragen wollt, die Möglichkeit. Und an der Rückseite natürlich noch für ein Trolley. Und dort seht ihr dann eben auch schon hier so ein bisschen Beatmungsschlitze. Alles eigentlich wirklich gut. An der Seite gibt es auch noch mal Platz für eine Flasche, wobei das eigentlich in erster Linie zum Beispiel für Tripods gedacht ist. Und das hier ist jetzt schon von der Footprint ein sehr sehr kleines. Also hier kriege ich problemlos alle drei Beine rein. Bei manch anderen, allerdings bei vielen Rucksäcken, kriegt ihr dann eben mit ein bisschen größeren Tripods nur zwei rein. Dann habt ihr hier einen sehr sehr schönen Clip. Denn das habe ich noch bei dem anderen für 50 vermisst. Ich habe es ja mittlerweile mit dem 3D-Drucker nachgemacht. Aber man könnte das Ganze als sicher verstauen auch anziehen. Wobei ich hier das ein bisschen blöd finde. Denn dieses Gummiband, das das in der Position halten soll, ist einfach zu groß und dadurch verrutscht es auch meistens raus. Aber es ist gut, dass das da ist. Wobei, wenn das so drin ist, auch mit Tripod, kommt ihr an dieses obere Fach hier jetzt ein bisschen schwerer ran. Also ihr kriegt es nicht mehr so sauber auf. Ihr bleibt ein bisschen hängen. Aber es geht. Denke ich mal allerdings, dass die sowieso davon ausgehen, dass wenn ihr euer Tripod drin habt, ihr jetzt nicht unbedingt an die Fächer rankommen wollt. Denn gerade wenn das Tripod drin ist, kommt ihr halt gar nicht ran an das Fach darunter. Das ist allerdings wirklich praktisch. Denn hier ist nochmal eins. Und da kriegt ihr dann zum Beispiel eine Lenscap rein, Akkus, SD-Karten oder auch sonstiges. Und auch das ist alles sehr, sehr gut gepolstert. Also eurer Ausstattung kann ihr nichts passieren. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wenn ich nicht da ziehe. Übrigens haben die auch alle so einen Helfer, dass ihr leichter ziehen könnt. Würde ich sagen, hacken wir mal kurz das obere ab. Und wenn wir schon von Hack reden, manchmal geht es ein bisschen schwerer auf, wenn es ein bisschen verhackt. Aber hier haben wir dann zum Beispiel ein großes Fach. Einmal allerdings auch hier mit dem Reißverschluss. Also da kriegt ihr schon mal sehr, sehr viel rein. Habt ihr allerdings auf der Gegenseite auch nochmal zwei Fächer. Das sind allerdings dann nur so zwei Netze mit Feder rum. Und dieses Fach jetzt hier ist für euch entweder sehr, sehr viel wert und ist sehr praktisch oder es ist recht unnütz und nimmt unnötig viel Platz weg. Denn es ist in der ersten Linie für Drohungen gedacht. Und ich denke mal viele müssten reinpassen, weil ihr habt schon gut Platz. Aber das ist halt eine sehr, sehr komische Form. Und wenn ihr jetzt keine Drohne habt, also wie ich. Ich habe da zum Beispiel meinen Filmonitor rein, den ich jetzt eben gerade angucke, deswegen kann ich es nicht zeigen. Haut ganz gut hin, aber teilweise habt ihr dann zu viel Platz und dann schlabbert der ein bisschen drinnen rum. Aber guckt einfach mal, dass ihr es nutzen könnt, weil in vielen Fällen habt ihr hier einfach ein bisschen verlorenen Platz. Wenn ihr allerdings sagt, das ist so, dann könnt ihr hier eben auch das mit Filz entfernen, diesen Boden, und dann könnt ihr die komplette Höhe des Rucksacks nutzen. Also das hat definitiv relativ viel Flexibilität. Und das Ganze zeige ich euch dann jetzt nochmal kurz mit dem Hauptfach. Und da ist einfach mein Tipp, macht es so, dass ihr einen hier immer unten lasst. Weil mir ist aufgefallen, dass ich es, wenn ich draußen habe, gerne so hatte, dass ich beide Reißverschlüsse, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hier hatte. Und dann wollte ich einfach mit beiden gleichzeitig aufmachen, aber das klappt nie so. Konzentriert euch immer lieber auf einen. Also habt den einen auf der Seite. Und wenn ihr schließt, macht der so. Und auch wenn das praktisch zum Greifen ist, ihr habt einfach mehr Kontrolle, wenn ihr direkt an dem greift, dann habt ihr eine geradere Fahrt und dann hakt da auch nichts ein. Und das, wie schon gesagt, ist sehr, sehr robust. Haben wir hier dann praktische Fächer. Also einmal hier. Jetzt muss ich kurz gucken. Haben wir auch wieder ein großes. Komplette Tiefe. Und dann hier unten nochmal zwei. Also in der Mitte geteilt. Und an das erste kommt ihr noch recht gut ran. Da habt ihr die volle Breite. Allerdings hier, aufgrund, dass ihr dessen, ich hoffe mal ihr seht das hier, habt ihr so ein Gummi. Das ist glaube ich dafür da, dass ihr den Reißverschluss da reinschieben könnt. Wobei ich nicht weiß, welchen Sinn das hat. Aber aufgrund dessen könnt ihr nichts reinpacken, dass auch die Breite des Fachs hat. Weil ihr hier oben einfach nicht so viel Platz habt. Zur Not könnt ihr das abschneiden. Aber es hat glaube ich schon die Funktion, dass der Reißverschluss hier dann sicher ist. Dass er sich vielleicht nicht öffnen kann oder sonstiges. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ansonsten kommen wir jetzt zum Hauptfach. Und das ist ein bisschen Geschmackssache. Denn normalerweise hat man ja hier diese zwei längeren und hat dann die Kamera in der Mitte hier oben. Ich habe mich allerdings dafür entschieden, die komplett auf eine Seite zu packen, weil ich die komplette Länge hier haben wollte. einfach, dass ich zum Beispiel, wenn ich meine Stativverlängerung habe, die da noch rein kriege. Und das passt dann auch gut. Dann allerdings hatte ich eben nicht mehr unbedingt genug so Einlagen, die mit Klett halten, um den Platz hier optimal zu nutzen. Also was natürlich problemlos geht, ist zum Beispiel vom Schimbel, was ich letztens gesagt habe, das könnt ihr hier verstauen. Aber hier merkt ihr vielleicht auch schon eine Sache, die mich bei vielen von den Rucksäcken stört. Ihr habt hier sehr, sehr viel Tiefe, die nicht wirklich genutzt wird. Denn auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Kamera reinpacke, wenn ich die jetzt so reinpacke, ist gut, wird die Höhe voll genutzt. Aber eigentlich habe ich die ja so hier drin. Und dann seht ihr schon, dann habe ich bestimmt fünf bis zehn Zentimeter, die nicht ausgenutzt werden. Also leere Staura. Aber ansonsten habt ihr halt noch diese Einlage. Ihr habt glaube ich drei Stück davon. Also ich habe jetzt hier nur zwei genutzt. Die dritte ist hier oben, weil ich für die keinen Nutzen hatte. Dann habt ihr noch drei von diesen Klettbändern. Also zum Beispiel habe ich das jetzt so. Ich habe hier einmal, ich weiß nicht ob man das sieht, NPF Batterien drin. Hier habe ich mein Wireless. Hier dann meine Kamera. Hier meine Stativverlängerung. Vielleicht dann den Wireless. Wobei den kriege ich problemlos auch oben rein. Hier zum Beispiel habe ich dann so einen SD Halter oder so. Ich zeige euch das mal übrigens. Das habe ich auch von Canon F-Content bekommen. Recht coole Sache. Wenn ihr größere Batterien habt, also die neueren Sonys, dann passen die auch sauber rein. Da meine von Canon recht klein sind, haben die ein bisschen Spiele. Aber das Praktische ist hier, hier habt ihr so zwei Schieber. Jeweils für jeden Akku. Und dann könnt ihr das auch voll und leer stellen. Also wenn ihr wechselt, ihr immer wisst, oh, die muss ich noch füllen oder so weiter. Glaubt mir, das ist echt praktisch. Ansonsten habt ihr allerdings noch die Möglichkeit sechs Micro-SDs zu verstauen und vier SDs. Das hält jetzt nicht immer 100 pro. Also teilweise manche SDs rutschen mir da wieder raus. Aber das Ganze ist ganz gut. Auch wasser geschützt. Passt auch hier von der Höhe gut rein. Also ich krieg definitiv locker alles rein. Aber ich habe auch nicht so viel Gier. Aber ich muss halt sagen, ich finde ihn recht schnittig. Er ist recht bequem. Er ist gut verarbeitet. Die Einteilung ist, ich denke mal, flexibel genug einteilbar. Es ist halt alles sicher. Und wenn wir das einfach nochmal kurz mit dem günstigeren vergleichen. Ich kann den eventuell ein bisschen für mich passender füllen. Aber der ist bei weitem nicht so robust. Der ist auch, wie man vielleicht schon sehen kann, ein bisschen standfester. Wobei der eigentlich auch einen guten Job gemacht hat. Was der hier allerdings noch hat, ist dieses ältere oder billigere Prinzip von K&F. Konzept mit diesen dickeren Einlagen. Und da habe ich halt viele Probleme, dass das Klett nicht hält. Wobei ich generell sagen muss, das K&F Konzept auch hier wie da. Klettband hält nicht immer ganz so gut. Aber ihr habt da ein bisschen besseren Halt als hier. Vor allem, ihr seht schon, das ist sehr, sehr weich. Die Seiten. Das ist hier deutlich fester. Ich mag den allerdings trotzdem. Kamera hier oben ist ein bisschen blöd von der Gewichtsverteilung oben. Ich hätte sie gern unten. Aber unten habe ich dann keine gescheite Verteilung hingekriegt mit den Dingern. Ansonsten finde ich hier allerdings die Taschen alle sehr, sehr praktisch. Nachdem ich dann eben, also die Reißverschlüsse hier gehen leichter, sind aber jetzt eben auch nicht vor Regen geschützt. Das, wie gesagt, mit 3D gedruckt, ist auch super. Ich kann es euch mal kurz zeigen, indem ich hier mal das Ding reinpacke. Also passt auch problemlos. Ihr seht schon, der kippt. Aber gut, der ist doch gerade leer. Aber in der Regel. Dann habt ihr hier natürlich auch noch das Fach. Hier habt ihr allerdings hinten die Möglichkeit, das komplett zu öffnen. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Spielraum, weil das nicht ganz so hart ist und auch ein bisschen mehr innen nachgibt. Da kriege ich dann auch noch meinen Gimbal rein. Meistens auch recht gut bequem. Hier habt ihr auch noch so ein Durchgangsding. Auch wegen Schweiß praktisch, weil das dann eher und dann durchatmen und so weiter auch gut gemacht wird. Also ich muss nach wie vor sagen, für knappe 50 Euro gefällt mir. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Zirn hat, weil die halt ein bisschen so komisch absteht. Aber echt noch ein guter Rucksack fürs Geld. Qualität nicht so gut wie der, aber vielleicht für manche ein bisschen sauberer einschneiden. Und der hier für 160, also die sind sich sehr, sehr ähnlich. Allerdings kann ich hier keine echten Vorteile finden. Der ist von der Verarbeitung nicht wirklich besser. Der hat ein paar komische Design-Dinger, die ihn vielleicht flexibel aussehen lassen mit so komischen Bändern drum rum und hin und her. Und er hat jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem Fach hier Zugriff auf den Innenraum zu bieten. Und hat da noch Möglichkeiten extra. Also das sieht alles aus, als ob er besser befüllt werden könnte. Aber ich habe es damals nicht hinbekommen. Und der ist dann auch noch ein gutes Stückchen schwerer. Habe ich den nicht wirklich viel genutzt. Und das obere Fach hier ist halt noch mal größer und noch mal tiefer. Allerdings nicht flexibler. Also ich habe den damals schon nicht so überzeugend gefunden. Qualität ist er gut, aber ihr kriegt die gleiche Qualität für das halbe Geld. Mit einem kleineren Volumen. Das ist allerdings fast genauso viel auf. Von mir aus könnte er sogar noch ein bisschen flacher sein. Weil ihr habt schon gesehen, die Hälfte war fast leer. Aber um das Ganze zu beenden. Zeitlich wahrscheinlich wieder viel zu lange. Die meisten gucken das nicht. Ein sehr schöner Rucksack. Aber ich glaube, in manchen Fällen werde ich einfach auch wieder auf den greifen. Weil der ist knapp ein halbes Kilo leichter. Ich kriege alles rein, was ich reinkriegen muss. In bestimmten Fällen allerdings, wenn ich weiß, es könnte ein bisschen ruppiger werden. Dann greife ich zu dem. Weil ich bin hier einfach auf der sicheren Seite. Wobei, dann müsst ihr einfach nur noch ganz kurz am Ende wieder wehen. Der hat ja auch nicht diese Füße, die die vor Regen schützen sollen. Wobei ich nicht weiß, wenn ihr diese Füße habt, die einen Zentimeter oder so hoch sind. Ihr legt das drauf. Das in der Mitte kriegt doch trotzdem die Flüssigkeit ab. Wobei, wenn wir schon davon reden. Ihr habt hier ja noch diese extra Tasche. Da ist so eine Regenschutzhaube normalerweise drin. Ich habe es jetzt halt nur nicht drin. Damit könnt ihr die über den ganzen ziehen. Also auch wenn das Ganze schon mit den Reißverschüssen sehr, sehr gut vor Regen schützt. Mit der Haube dann seid ihr komplett geschützt. Ja. Ich hoffe mal, das war irgendwie hilfreich. Das war jetzt vorerst auch wahrscheinlich erstmal der letzte Rucksack-Test. Die kommen nicht so gut an. Weil es ist wahrscheinlich kein interessantes Thema. Ich finde es wirklich praktisch. Muss allerdings auch ganz ehrlich sagen. Auch wenn mir der gefällt. Und der andere. Den optimalen habe ich noch nicht gefunden. Deswegen, ich hätte da gerne ein bisschen Input in so ein Design. Ich würde ein paar Dinge wahrscheinlich halt deutlich eher auf mich zuschneiden. Anders designen. Aber man kann mit allen arbeiten. Jeder hat sowieso anderes Gier. Manche wollen vielleicht noch ein Objektiv rein. Dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Haben längere und so weiter und so fort. Aber ich hoffe mal, das hat euch soweit einen Überblick gegeben. Und ich merke, ich gucke schon wieder mehr in den Monitor als in die Kamera. Aber what soll's? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Passender Regen fängt jetzt gerade wieder an.